Ja, 2021 bin ich, Hans-Jürgen Klaassen, zur Bürgermeisterwahl angetreten. Ja, mein Motiv, ja, ich habe Lust etwas zu ändern. Und das ist ehrlich gemeint. Stärkung der hiesigen Wirtschaft, Verbesserung der Infrastruktur, Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung, Schaffen von Begegnungsstätten, Gesundheit und Ernährung, Aufbau eines sozialen Netzwerkes, mehr Lebensqualität in meinem Stadtteil oder in den Stadtteilen wohnen. In Wolfsburg geht uns alle an. Also Bürgerbeteiligung, Bildung, Kultur, Freizeit, digitale Welten verändern uns und die Welt. Aufbau einer Wolfsburger Gilde, das passiert am 6. September. Aufbau einer Sozialgenossenschaft, das wird auch an diesem Tag gemacht. Ja, ich kenne Wolfsburg erst seit 1958. Diese Zeitung ist sozusagen älter als ich. Trotz meines jungen Alters, am 6. September werde ich 66 Jahre alt, will ich noch einmal etwas tun für Wolfsburg und für mich und andere Menschen. Ja, morgen hat mein Vater Geburtstag, am 14. August. Er wäre, wenn er noch leben täte, 95 Jahre alt. Ja, ich kann meinen Vater nicht vergessen, er ist 1973 relativ jung gestorben und er war ein Aktivposten bei uns in der Familie, hat bei VW den Blauen Saal geleitet und war Gebäudemanager. Ja, so ein bisschen habe ich doch was von meinem Vater übernommen und ich glaube tatsächlich, ich lebe in meinem Vater weiter. Mein Vater hat einmal ein Festfestival bei Volkswagen Mittelstraße organisiert und das will ich jetzt auch machen. Also, der Tag der Generation soll am 21.09.2024 auf dem Hollerplatz stattfinden. Ja, und dafür suche ich noch Kooperationspartner. Zwei habe ich schon und siehe hier die Bilder. Das hat Volkswagen gemacht 1958, 60, 62, wie auch immer. Der Tag der Generation ist ja schon zweimal gelaufen, 22.09.2023. Beide Mal war unser Kooperationspartner, der K-Ortsverein Mittel, mit dabei. Jürgen Teichmann hat mit beim Sicherheitskonzept geholfen und Personen an diesen Tag gestellt. So, im Leben plane ich nichts mehr Großes, aber doch, die Nachbarschaftshilfe, die soll es werden. Das Ehrenamt stärken, unsere Nachbarschaft stärken und stärken. Ja, alles Weitere in Wolfsburg aktiv. Da steht auch unsere Satzung und im Wolfsburger Forum werden dann auch nochmal die Ziele formuliert. Vielleicht. Wie ist das einher? Wie ist das? Wie ist das?